Dieses Spiel ist schon fast berühmt berüchtigt in der Sammler-Szene. Es ist eines dieser ganz teuren Spiele, soll dabei aber kein wirklich gutes Spiel sein. Es basiert dabei auf dem zweiten Beethoven-Film, der einer dieser typischen 90er Jahre Familienkomödien war. Im Mittelpunkt standen immer die Bernhardiner-Hunde, die für allerlei Unsinn gesorgt haben. Wie wurde diese Thematik jetzt nun in Videospielform gepresst? Lass es uns zusammen herausfinden. Kurz vorweg, ich habe den Film jetzt nicht wirklich im Kopf und kann daher nicht unbedingt sagen, ob die Level-Umgebungen analog zu dem Film sind. Ihr werdet hier im ersten Level gleich auf eine Großbaustelle geworfen. Ihr spielt einen Bernhardiner und die Grafik ist auf dem ersten Blick ja durchaus gelungen. Der Hund sieht gut aus, ist gut animiert und die Umgebung passt einfach. Doch dann, dann gelangt ihr zum ersten Hindernis, ein verschweißter Stahlträger. Und wie geht es jetzt hier weiter? Und hier müsst ihr bedenken, das ist gleich am Anfang und die Zielgruppe des Spiels dürfte eher jüngere Spieler sein, die ebenso verwirrt sein dürften wie ich jetzt hier. Okay, wie kommen wir hier weiter? Man kann hier zwei Bolzen erkennen. Einer ist oben und der eine ist unten. Die müssen wir wohl entfernen. Im Einleitungsbildschirm stand ja auch, dass man die irgendwie entfernen muss. Okay, also die Bolzen müssen wir da also herauskriegen. Wir können jetzt nicht mehr der Pfote hauen oder so und dagegen springen bringt jetzt auch nichts. Sitzen wir wohl fest. Aber es gibt eine Lösung. Es gibt so eine Art Dash. Wenn ihr da mit dem Bolzen trefft, fliegt dieser davon. Aber wisst ihr, wie man diesen auslöst? Eigentlich hätte man jetzt gedacht, dass man nach unten drücken muss, um naja, so eine Art Dash oder irgendwie sowas zu machen. Weil der Hund nimmt ja auch den Kopf irgendwie nach unten dabei. Aber nein, damit duckt ihr euch nur. Das braucht ihr natürlich auch, um später Hindernissen auszuweichen. Aber hier ist es erstmal nicht sehr weiter hilfreich. Nein, ihr müsst nach oben drücken. Und ja, das ist logisch. Also, sagen wir mal so, die Steuerung ist schon einmal für den Allerwertesten. Und auch später habt ihr immer wieder so Situationen, wo die sehr, sehr ungenau ist und euch eher im Weg steht, als euch hilft. Aber denkt jetzt nicht, dass ihr das Hindernis jetzt auch prima überwinden könnt. Mitnichten, den oberen Bolzen müsst ihr in einem ganz bestimmten Winkel treffen. Also müsst ihr immer wieder zurückgehen und schauen, von welchem Punkt ihr genau losspringen müsst, um dann mit diesem Dash-Sprung den oberen Bolzen zu entfernen. Ja, ich wiederhole mich. Und das im ersten Bildschirm. Okay, also, dann geht es weiter. Ihr müsst auf der Baustelle also verschiedene, kleinere, ich sag mal, Rätsel lösen. Euer Ziel ist es übrigens, im Level den Meiermeter voll aufzuladen. Ich übersetze das jetzt einfach mal ganz frei als Chaos-Messer. Das tut ihr, indem ihr alle Bolzen raushaut. Dabei müsst ihr den Funken ausweichen und so weiter. Ihr werdet dann auch übrigens mit eurer Angriffsart beglückt, wobei natürlich Angriffsart hier mit großen Anführungsstrichen zu bezeichnen ist. Beethoven kann sich schütteln, wenn er vorher nass ist. Ja, euer Angriff ist quasi Schüttel-Hunde-Wasser. Könnt ihr mir jetzt keine andere Art vorstellen, mit der sich ein Hund so durchsetzen könnte? Aber, naja, hey, man wollte es wohl alles familienfreundlich gestalten. Das Level an sich ist dabei weit verzweigt und das ganze Ziel sieht dann da noch etwas. Das Problem ist, wenn ihr einmal tot seid, müsst ihr von ganz vorne wieder anfangen. Das kann schon einmal nerven. Später seid ihr denn zum Beispiel auf einem großen Familienpicknick. Hier müsst ihr dann statt Bauarbeitern und Funken eben Gästen und Bällen und Lebensmittelabschnitte ausweichen. Ähm, naja, ganz ehrlich, ich hätte mir da etwas Besseres ausdenken können, als irgendwie Lebensmittel, die den Hunden verletzt. Ich denke wirklich alle, die Hunde haben, wissen, was passiert, wenn ihr bei der Essenszubereitung euch etwas runterfällt. Naja, der Hund nimmt sicherlich keinen Schaden und hat eher Freude daran. Auch hier müssen dann allgemein kleinere Rätsel gelöst werden. Ich möchte das hier auch alles etwas abkürzen. Es geht immer so weiter und es kommen jetzt nicht wirklich komplett neue Elemente hinzu. Die Umgebung, die wechseln zwar, aber das Gameplay, das bleibt immer das gleiche, kombiniert mit der eher, naja, nicht so idealen Steuerung. Aber was halte ich nun von dem Spiel? Es hat eindeutig sehr fragwürdige Designentscheidungen, wie zum Beispiel den Beginn zu Anfang oder die Angriffsmöglichkeit. Aber wisst ihr was? Es gibt auch viel Schlechteres. Immerhin stimmt hier die Technik und wenn man unbedingt will, dann kann man sich auch an die Steuerung und so weiter gewöhnen. Auch dann wird es auch kein gutes Spiel, aber auch keine Vollkatastrophe, für die es viele halten. Ich bin irgendwie froh darüber, dem Spiel noch eine zweite Chance gegeben zu haben. Es gibt auf jeden Fall schlechtere Spiele auf dem System.